Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück auf Twitch und auch auf YouTube zu einem neuen Stream, Vampire. Es geht weiter, tut mir leid, ihr habt ein paar Minuten verpasst in der Aufnahme. Ich habe es leider nicht aufgenommen, beziehungsweise ich habe es aufgenommen, aber leider mit einem schwarzen Bildschirm. Ihr habt aber nicht viel verpasst, ich habe hier nur diesen Usher Tautry gefunden, der Anführer der Bruderschaft. Und dem lauschen wir jetzt mal ein bisschen, was er uns zu sagen hat, denn er liest die Karten und hat wohl recht mit dem, was er dort liest. Ich werde es hören. Die Karten der Bruderschaft haben bereits gegründet, Jonathan, aber Sie werden freiwillig verpasst, dass Sie sich in der Inhalte gegründet werden, mit der Hoffnung für einen besseren Tag. Ich würde lieber nicht wissen. Ich würde Sie fragen, um das Bruder. Aber ich muss Ihnen sagen, dass wir einige Begründer sind, dass wir als Tablet sind, in spite unserer Fondheit und Begründung von Ihrer Begründung haben. Ich weiß, dass es keine Liebe zwischen den Garten und den Bruder und den Bruder. Was hat diese Rift gemacht? Es war 1801. Die Bruder war stärker, dann. Die Bruder machte sie für immer größere Kraft. Die Bruder machte sie, und die Begründung von der Bruder und die Begründung haben. Was war die Natur der Begründung? Der Problem war, dass beide Begründer sind, die Begründer sind, die Legitimationen der Bruder der Bruder. Wir verbrechen die Bücher, die Relen, nicht immer rechtlich oder mit Begründung. Wer hat die Bruder? Das ist genau das Thema, ich kann nicht antworten. Es ist sehr delicatend und kann ein paar unserer Tränen. Also bist du nicht nur ein Club von Akademikern und Schönern? Mal nach einem Zeitpunkt, sehr lange vor, hat die Bruder gemacht mehr als einfach die Vampiren studiert. Sie machten Aktionen, um die mehr ferociousen und korrupten. Hier macht jeder irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding, habe ich das Gefühl. So viele Clubs, so viele Fraktionen, so viele alte Bräuche. Aber immer nur so wenige Leute, aus dem Waffen Priven, die scheinen nie endlos zu sein. Most, a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stoll. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time. Sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Some believe you to be a vampire. Who? The Guard of Priven. Who else? For a time, they sent spies to observe my activities. And they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook. They quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof, that I'm not an immortal. Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed. Even to immortals. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller, then. Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Where is it that's all? Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being. So powerful, it didn't even reveal its strength. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know, what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Was? Okay, die habe ich aber. Here is the money. The Joker. A woman bent to obey and debase herself. A cruel gaze in the dark. A monster laughing at you. Carina Billow? Wer ist Carina Billow? Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan. And open your mind. Haben wir doch schon. Gibt der uns jedes Mal neue Hinweise, oder was? Here is the money. Okay, das waren 150, Junge. Für nichts. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlatrix. The truth. Now. Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. The suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. Daten lasse ich mir ganz bestimmt nicht nochmal von ihm reden. Was hat er mir denn da jetzt für einen Hinweis gegeben, der Kerl? Hier, Carina Billow. Über die hat er mir doch einen Hinweis gegeben, oder? Carinas Geist wurde von einem mächtigen Vampir gebrochen. Carina hat nur zusammenhanglos... Ah! Okay. Aber wie hat er das denn jetzt... Wie hat er das denn jetzt rausgefunden? Durch das, was er gesagt hat. Wie viel Kohle habe ich denn noch? Den bestimmt, oder? Da mein Inventar hier. Hier irgendwo sehen, wie viel Kohle ich noch habe. Ich würde gerne gerade wissen mal, ob 150 für mich viel ist oder wenig. Ah, da oben. 650 habe ich noch. Und jetzt geht mir das wirklich jedes Mal ab, wenn ich ihn jetzt hier... Wenn ich ihn jetzt hier frage. Okay. Can you read the card the money... Here. The hunter. Good heart in disguise. A liar willing to help for real. An armed man unable to strike. Okay, was hat jetzt 150 gekostet? Das hat tatsächlich 150 gekostet. So ein Schwein. Dafür habe ich nicht mal einen Hinweis bekommen. Irgendwas? Guck mal. Es gibt so einen Geheimgang. Oder auf jeden Fall so geheime Dinger. Okay, da werden wir bestimmt später noch rausfinden, was es damit auf sich hat. Hoffe ich zumindest. Vielleicht steht das ja in seinem geheimen Büchlein. Das wir natürlich lesen werden, wenn wir es finden. Von hier kam ich. Weiter. Ich habe jetzt schon fast alle Charaktere hier in dem Bezirk gefunden. Leider kann ich mit der einen Truller, die sich in dem Keller versteckt, nicht sprechen. Wen haben wir hier? Zwei Unbekannte. Wer seid ihr denn? Seid ihr Zwillinge? Ja, das ist ein Back. Ja, bitte. Würdest du mir sagen, was die Zeit ist? Das ist alles, was du wissen musst. Ist es nicht wichtig, zu wissen? Wie wichtig ist, wo du bist? Oder wer du bist? Ich glaube, du bist richtig. Und wer bist du dann, Sir? Ich bin Agamemnon Baker. Agamemnon? Das ist für ein Name. Und mein Bruder und ich sind wenigstens auf nichts. Okay, also ist es kein Back. Es ist wirklich sein Bruder, der da neben ihm sitzt und nicht irgendwie ein Geist oder so. Ja. Ja. Ich frage mich, warum du schon nicht weg bist, wenn du so exasperiert bist? Ich glaube, dass Angst uns zurückkommt. Mein Bruder hätte gesagt, dass es ein LASINESS ist. Aber es ist nur weil er prouder als ich bin. Was kannst du mir erzählen? Was kannst du mir erzählen? Es ist der einzige Ort, wo ich mich glücklich finde. Oder zumindest das ist das, was ich glaube. Unfortunately, es ist Zeit, um zu verlassen. Warum ist das? Weil ich nicht mehr glücklich fühle mich hier. Bist du? Nein, ich bin nicht. Gut für dich. Es ist eine gute Sache, dass du eine klarer Idee hast, wo du dich beschäftigst. Bist du? Was kannst du mir erzählen über dein Bruder? Er ist älter als ich. Ich denke. Aber das wichtigste ist, dass ich wirklich hoffe, dass ich vor ihm sterbe. Grief würde mich einfach töten. Ist das alles? Perikles ist sehr attached zu dieser Stadt. Und ohne meine Insistenz, er würde niemals wegzunehmen. Wir haben oft nicht auf nichts gehört. Siehst du? Wer bist du genauer waiting für? Die mehr ich denke, die mehr ich glaube, es ist nicht genau eine Person, die wir warten für. Aber was anderes könnte es dann sein? Ich weiß nicht. Ein Gefühl? Ein Event? Ein Impuls? Wie kann ich es sagen? Etwas, das uns diesen Trapp verlassen würde. Sind die blöd? Die können sich eigentlich einfach raussetzen und hoffen, dass irgendwas passiert. Das ist das, was wir wirklich machen. Ich bin Angst, dass ich dich nicht folgen würde. Was für ein Kind von Trapp bist du? Hast du schon erlebt, dass du dich in einem Rolle verliebt hast? Hast du schon erlebt, dass du dich in einem Rolle verliebt hast? Dass du nicht in deinem Ort bist? Das Art von Trapp? Trapp? Und du denkst, dass du zu Londoner verlassen wird dich? Auf jeden Fall gibt es uns die Chance, frei zu sein. Das ist mehr als unsere heutige Situation. Hoffnung, Doktor. Hoffnung ist das, was die Menschen wirklich beeinflusst. Goodbye for now. Okay, dann fragen wir mal ihn. Hallo. Ich will mit ihm noch sprechen. Danke. Guten Abend, Herr. Ich bin Dr. Reed. Ihr habt die gleichen Mantel. Kann das sein? Dr. Reed? Dr. Reed? Ist da irgendwas falsch? Nein, es ist nur... Dein Name klingt familiar. Und dein Gesicht. Haben wir uns vorher kennengelernt? Ich denke, ich würde mich erinnern. Ich denke, die Antwort ist nein. Das ist wunderschön. Ich bin sicher, dass ich dich schon gehört habe. Mein Name ist Pericles Baker. Wird das irgendwas dran sein, dass er das vermutet? Ich bin sicher nicht, Herr. Aber es ist ein Freude, dich zu treffen. Hm. Das Freude ist mein, ich denke. Ich wünsche nur, dass ich mich nur erinnern konnte, wenn es war, dass wir uns kennengelernt. Hm. Wird irgendwas dran sein, dass er das vermutet? Wer erwartet ihr? Ich bin sicher, dass er einen Namen hat. Ich kann wirklich nicht die Frage antworten, weil ich diese Person nicht weiß. Und warum ist das? Diese Person ist meistens mein Bruder. Ich weiß gar nicht, dass ich seinen realen Namen weiß. Nur, dass dieser Mann uns helfen könnte, uns diese Stadt einmal und für alle. Aber warum brauchst du diese Person die Hilfe, um London trotzdem zu verlassen? Ich dachte, wir sollten bereits diesen kursiven Ort verlassen. Aber mein Bruder hat mich überzeugt, dass ich länger bleiben muss. Und hier sind wir. Hä? Die sagen beide das gleiche vom anderen. Ich sage ja, dann warte mal, Herr Baker. Das ist das, was du hier machst, in der Mitte der Nacht. Wir warten. Warten zu jemandem. Und warum warte man diese Person? Weil wir müssen diese Stadt, wie schnell möglich. Warum willst du diese Stadt verlassen? Ich bin nicht wirklich sicher. Kannst du mir etwas über dieses Stadt erzählen? Als du so sehr gerne Fragen stellen möchtest, würde ich mir zuerst fragen? Bitte. Sei mein Gast. Ah, eigentlich schon. Wenn es gesund wäre, wäre es gesund. Aber ich habe gelernt, London's Komplexität zu appreieren. Ja, ich auch. Diese Stadt testet uns. Es hat uns geholfen, uns zu finden, um unsere echte Natur zu finden, durch ihre dunklen Straßen zu finden. Aber was, wenn wir nicht, was wir finden? Wir wissen, wer wir sind? Ich wundere manchmal. Oder vielleicht ist es die Reise, um zu finden, wer wir uns verändern. Und was machst du, Herr? Für ein Leben, das ist. Ich habe zu arbeiten, als ich entschieden, um zu gehen. Als ich wusste, was ich wollte. Ich wollte etwas, was diese Stadt nicht ermöglicht. Ich weiß nicht mehr, warum Sie wollen, London zu verlassen. Ich habe einfach nicht mehr hier gehört. Ich musste, mein Bruder zu verlassen, weil ich weiß, wir müssen noch mehr Leben finden, aus der Stadt. Aber was hast du gemacht, bevor du diese Entscheidung hast? Ich weiß nicht mehr, was es wirklich wichtig ist. Ich weiß nicht mehr, wenn es die Vergangenheit ist. Ich habe in dieser Stadt all meine Leben gelebt. Und jetzt denke ich, es ist vorbei. Pericles, erzähl mir, warum dein Bruder nicht mit deinem Bruder zu verlassen. Agamemnon ist... Naive, manchmal. Aber ich finde ihn nicht so, Herr. Er ist oft eher leidiger als ich. At least, Sie beide haben die gleiche Probleme, zu erklären, was Sie machen. Und für welche Grund? Aber ist das nicht ein Problem für alle Menschen? Was kannst du mir erzählen, über dein Bruder? Wenn Sie suchen für eine gute Gespräche, Sie sollten mit ihm sprechen, anstatt deinem Zeit mit mir zu verlassen. Er ist immer der leidige von uns. Das ist es? Das ist alles, was du mir über ihn erzählen kannst? Für das Zeitpunkt. Die echte Kindheit ist die wichtigste Qualität, mein guter Herr. Auf Wiedersehen, Herr Baker. Hallo wieder, Doktor. Gucken, ob er noch was zu sagen hat. Wir haben über ihn eigentlich auch einen neuen Hinweis bekommen. Wir werden ihn aber nicht darauf ansprechen. Goodbye for now. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Perciles und Agamemnon Baker haben unterschiedliche Erklärungen für ihre derzeitige Lage. Perciles und Agamemnon Baker warten auf irgendetwas oder irgendjemanden, damit sie die Stadt verlassen können. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die Tochter, die hier im Keller sitzt und die Stütze. Den Rest der Leute haben wir hier kennengelernt in diesem Viertel. Ob die Tochter... Ich komme da nicht hin, ne? Ich komme nicht zu ihr. Kommt sie da gerade? Da ist gerade eine Tür aufgegangen. Ach, da ist sie. Für ihre Tochter sprechen. Guten Morgen. Guten Abend, Frau Price. Ich bin Dr. Reed. Erinnerst du mich? Dr. Reed? Ja, natürlich. Du bist der Doktor, der mich und meine Mutter heilte. Guten Abend, Dr. Reed. Schön, dich auch zu sehen, Carol. Bist du alles gut? Oh, ja. Ich habe mich noch nicht verholt. Ich weiß, wie ich mich an sich nehmen muss. Ich bin fast ein Kind. Ich bin wirklich gesund. Wird ihr mit deiner Mutter genießen? Oh, ja, Doktor. Meine Mutter hat mich alleine, nachdem mein Vater stirbt. Wir haben immer zusammen gelebt. Und sie hat immer mich über mich beobachten. Hast du immer über die Schwierigkeiten, wenn du eine Frau bist? Oh, nein, Dr. Reed. Meine Mutter sagt immer, ich bin immer ein Kind, der nicht weiß, wie hart ein Leben kann. Keine Mutter möchte, wie ich. Keine Mutter möchte, wie ich. Okay, die Mutter scheint sie irgendwie zu verunsichern. Um sie bei sich behalten zu können, wahrscheinlich, um nicht allein zu sein. Und mein erstes Gefühl. Ja. 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 Ja, an den Hausleuten kann man sich aber auch anstecken, wenn die dann wieder zurückkommen nach Hause mit dem Einkauf. Mr. Nithercut? Okay. Nein. Meine Mutter sagte, er war wunderschön. Sie hat immer eine Poetrie über eine Mädchen, die in Whitechapel kennengelernt hat. Ich wundere, wer dieser Camellia sein könnte. Ich bin Lass. Kennen wir schon. Guten Tag, Carol. Meinen neuen Hinweis bekommen. Ich fahre mal ganz kurz an. Carols Mutter hat sich immer gut um sie gekümmert, wenn sie verletzt wurde. Carolyne hat sich immer gut um ihr Zeug gekümmert, wenn sie verletzt wurde. Ob ich sie da mal drauf anspreche hier? No, you can call me. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children bleiben manchmal mit ihren Eltern bis zum Ende. Aber sie wissen, dass niemand anderen will sie so viel lieben. Okay, so was dachte ich mir schon. Sie haben hier eine ganz komische Beziehung. Also, es heißt, eine komische Beziehung. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an Bates Motel. Aber die Mutter will ihre Tochter nicht ziehen lassen, nicht erwachsen werden lassen. Sie ist schon fast erwachsen. Und sie behandelt sie immer noch wie ein Kind. Hält sie dann auch, hält sie dann, hält sie von Männern fern und sagt, sie wäre ungeschickt und so. Und sie ist bestimmt dafür verantwortlich, dass ihre Tochter so ungeschickt und nervös ist, weil sie sie selber verunsichert. Ich glaube, wir sind jetzt hier in diesem Bezirk so gut wie fertig, abgesehen natürlich vom Ascalaan Club. Da werden wir uns jetzt mal auf den Weg hin begeben. Ja, dann würde ich mal die Wachen von Priggen. Ich dachte, ich wäre hier schon gewesen, überall. Scheinbar nicht. Oh, da oben kommen noch mehr. Egal. Hier sind überall noch Geschäfte. Ich habe auch noch ein paar Sidequests bekommen. Fällt mir gerade ein. Will ich auch nochmal ganz kurz durchschauen. Genau, wir haben ja einige offen. Finde ein außergewöhnliches Restaurant für Calhoun Russell. Finde heraus, wo Aschertels letztes Notizbuch ist, was die Wache von Priggen gestohlen haben. Dann finde Emilys Haus. Und finde den zweiten Teil des Testaments deines Vaters. Gucken. Habe ich auf der Card angezeigt? Ja, das ist hier in der Nähe. Emilys Haus. Okay, ist scheinbar in einem anderen Bezirk. Weiter weg. Nicht in einem anderen Bezirk, aber schon ein bisschen weiter weg. Ah, immer die falsche Taste. Verfolgen. So. Hier. Das ist auch ein bisschen woanders. Dann haben wir noch Restaurant. Ist auch hier. Nice. Okay. Dann werden wir uns mal um das Restaurant und um die Dinger kümmern, bevor wir das nächste, bevor wir zum Eskalen Club aufmachen, würde ich sagen. He-Headshot. bite. 2 2 2 2 3 5 6 6 6 7 7 Vielen Dank.